Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Ich musste eben ganz kurz nochmal aufs Handy gucken, weil der gerade irgendwie geleuchtet hatte. Ja, der ist jetzt komplett auf. Wieder mal. Und dann mussten wir hier auch nochmal ein bisschen Steine drauf lagern. Na und hier haben wir das. Können wir schon durch? Nein, einen müssen wir noch. Obwohl, da liegen ja genug, dann können wir. So. Du kannst nicht mehr tragen, Steine. Finde ich gut. Und ab jetzt bewegen wir uns, glaube ich, schon Richtung Finale. Passt zu. Warte mal, da will ich jetzt mal runter. Da liegt jede Menge. Hier Stoff, meine ich. Die will ich mal einsammeln. Das ist auf jeden Fall was rotes gewesen. Ne. Okay. Na, dann gehen wir mal lieber wieder hoch. Ja, ich bin kalt und mir ist nass. So. Dann wieder hoch. Und Hunger und Durst. Ne, nur Durst. Okay. Wir haben hier aber noch einen. Das heißt, wir müssen jetzt eben Feuer bauen. So. Und gehen den wieder aus. Und trinken nochmal. Gehen wir jetzt weiter. Zauern wir mal, wo wir da jetzt hinkommen. Liegt aber echt sehr viel unten, meine ich. Oh. Hier hätten wir noch ein Spielzeugteil gefunden. Okay. Okay. So. Dann schauen wir mal, wo wir ankommen. Ähm. Okay. Okay. Noch eine Tür. Aber hier liegen keine Steine dieses Mal. Mal ein bisschen durchgucken. Ist da was? Wir sind unten im Kessel. Okay. Einen nehmen wir wieder raus. Ist aber Nacht geworden. To-Do-Liste aktualisiert. Ähm. Ich bin in einen einen Weg in den Kessel. Und ich höre hier Mutanten. Können wir doch hoch? Ja. Wird lieber vermeiden, den entgegen zu kommen. Wenn wir schon hier unten sind. Da ist ein Flugzeug. Oh. Makete gesammelt. Okay. Den machen wir mal so kalt. Nein. Wir haben Hunger. Essen. Nein. Äh. Bitte sterbt. Bitte sterbt einfach. Ja. Ach komm schon. Komm. Ah. Nein. 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 Ah. Aha. Ich habe so das Gefühl, ähm. Ach das ist ein Echo. Aber die Machete ist nicht so geil. So. Den ziehen wir mal eben schnell wieder an. Ja. Geschwindigkeitsschaden blockieren ist null. Gibt es hier noch irgendwas? Ich glaube, wir machen hier eben nochmal ein Feuer. Dann machen wir aus beiden auch nochmal eine Rüstung. und ziehen wir noch ein paar Knochen auf Tasche. Ja. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und ziehen die beiden auch nochmal an. Dann warten wir, bis die beiden hier fertig sind. Dann kriegen wir nochmal ein paar Knochen. Hier geht es aber schon mal ein bisschen was los. Halbe Nacht schon um. Okay. Dann haben wir wieder ein bisschen was. Warte, ist da jemand oder liegt da noch was? Ne, ich dachte schon. Aber immerhin. Wir sind unten im Kessel. Äh, da hinten ist Thrombosen, Jonas. Ja. Komm. Will da hoch. Komm. Ne, da kommen wir nicht hoch. Schauen wir mal, ob wir... Hier haben wir noch 45 Pfeile. Das will reichen. Warte mal. Ah, um die Dinger. Ach, nee. Ich Idiot. Machen wir das mal so. Ich hoffe, der verbrennt da jetzt. Stimmt daran elendig. Nein, 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 nein. Komm, stirb doch endlich. Nice. Gibt es wieder Mutantenrüstung? Nice. Äh. Ging doch so viel an ihm. Jetzt ist nur die Frage... Ah, da ist noch einer. Ah, da ist noch einer. Ne. Wir müssen den erst mal zum Brennen bringen. Ja. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hier hin. Nein. Oh. Nicht redzeitig. Nein. gibt er jetzt bitte ja jetzt ist er tot okay wo muss ich jetzt hin und da kamen wir also müssen mich irgendwo hin das ist das wasser ist alles wasser hier hier ist irgendwo noch ein mutant ja und drei urenwohner er ist tot und man nimmt an die meterarbeit wirklich nicht so viel komm schon er ist tot oh hunger und du hast schon wieder esbar und hier ist aber keiner mehr an einmal so anzünden ja verlobbel eins hier kommt noch nicht hoch ja genau nicht runterrutschen wo ist er denn hallo ach da ist er tot nein noch lebt ja komm bis hier noch haben schon du kannst ruhig drauf gehen ich habe kein problem damit wenn du stirbst ja das war es dann wohl mit galoppel ich kann jetzt wieder hier drauf wechseln ich mache es dir mal hier zusammen kann ich noch mal ein kleines feuerchen machen nee das war das falsche genau hier dann gibt es wieder knochenrüstung jetzt hier hier das rote licht da sieht es aus als könnte man da weiter da blinkt auch noch wieder was das hier muss nur fertig werden ja komm noch name full so so müssen wir da auf Reserve komm so schauen wir mal was in den Kisten gibt es nichts 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 hier gibt es nichts hier gibt es nichts kann man die Kartons aufmachen nee kann man nicht ach Schädel das war es am linken okay wo geht es jetzt weiter da habe ich jetzt gar keinen Plan wo es weiter geht na schauen wir mal finden wir gleich bestimmt irgendwo einen Weg jetzt kommt müssen wir da sogar noch tauchen ah ok hier wird müssen wir hier durch ne jetzt kommt wir müssen hier wirklich noch tauchen ach komm sah gerade so aus als müssten wir tauchen ja wir müssen hier tauchen wir müssen hier tauchen aber wir müssen erst mal dann die Tauchausrüstung anziehen so tragen wo war es denn da da geht es rein und gleich ist uns wieder kalt können wir schneller ja da geht hier auch ja wir müssen gleich wieder ein Feuer bauen so wie weit müssen wir jetzt noch hochschwimmen ach hier ist schon Ende ok so ablegen und Bau-Menü Feuer bevor wir hier erfrieren ich höre wieder einen Thrombosen Jonas es gibt jede Menge von denen hier hier die Soundkulisse ist aber auch echt gruselig Pädel brauchen wir nicht was liegt denn da können wir mitnehmen noch ein Bild von Timmy danke Timmy weiß ich Bescheid dass ich hier schwimmen und tauchen muss ähm ok was haben wir hier Keycard ja die haben wir schon also hier brauchen wir gleich die Schlüsselkarte egal die Höhle ist ganz anders als sonst warte mal welche Höhle sind wir jetzt ich habe gerade keine Ahnung wo wir sind ich habe gerade keine Ahnung wo wir sind ich habe gerade keine Ahnung wo wir sind oh das hatte mit Armsey Ausbruch Armsey Ausbruch Magans Ankunft Mittagessen mit Magan Armsey Ausbruch alles klar alles klar ich weiß Bescheid ich habe das Gefühl die haben hier irgendwo oh Knochen die nehmen wir mit das sind warte wie viele vier Stück die nehmen wir mit dann haben wir jetzt wieder elf die haben hier irgendwo mit denen experimentiert und dann sind die Dinger hier entstanden und ich glaube die haben Timmy ebenfalls entführt um aus ihm sowas zu machen so jetzt brauchen wir das Ding auch genutzt die Kletteraxe wir wechseln wieder auf unsere oh wie das da langsam aussieht wo sind wir der wird hier gar nicht angezeigt der Weg wenn ich hier gehe der Teil der Höhle mir juckt die Nase auch die ganze Zeit mittlerweile oh hier gibt es rotes Licht ausrüsten wir rüsten mal den hier aus und wieder das ich habe nicht so das Gefühl hier werden wir gleich wieder attackiert ach ne bitte sag jetzt nicht dass du wieder leer bist zwei Prozent ich habe nichts gegen wieder ein paar Batterien zu finden okay ich habe jetzt zehn Mutanten erwartet muss ich ehrlich zugeben ich habe jetzt erwartet dass ich hier von irgendwas attackiert werde ich habe mir jetzt voll erschrocken ich dachte und was ist denn das aber hier können wir nochmal speichern so dann würde ich sagen ab hier speichern wir einmal hier und noch einmal hier ne achso und dann würde ich sagen in der nächsten Folge gehen wir den Weg den Weg da hinten weiter und schauen mal an wo es uns hinführt ich bin's euer Max Deus und ciao ich bin's ich bin's und ich bin's ein ich bin's ich bin's ich bin's Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020